Nutze Mooch's Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen, um die Kombination besser sehen zu können. Ahhhhhhhhhh Ist das echt nur so kurzfristig? Vier Zwei Drei Eins Wahrscheinlich besser mit Mut Äh ne Falsch Vier Zwei Drei Eins Das Terminal ist nun aktiviert und bereit für Input Okay Zack Benutzen Das System ist nun aktiviert und online Was? Bitte was? Was? Das ist nun fort Das ist nun Das ist nun , das ist nun Das ist nun Schrauben Das ist nun so hier wackelt so richtig das bild warum wohl ich will mich auf den weg konzentrieren und nicht noch gucken dass du jetzt können wir uns darauf konzentrieren wo das ist ein schredder jetzt bringen wir schnellstmöglich nicht bewegen ich besorge mir deine position und kommen so schnell wie möglich hin so höre die sitzen schwierigkeiten wo sitzt unser problem jetzt hier müssen wir dahin müssen wir dahin bin ich denn wahnsinn das bild wackelt hier so gott so dahin ja ok Ich habe Hurleys Position erfasst. Du musst die Frachtbahn nehmen. Ich bringe dich zu ihm. Hurley hat den Ende gehabt, aber er steckt in Schwierigkeiten. Bin jetzt mal tief. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Okay. Also er wird noch von jemand anders geschützt. Geil. Wahnsinnig geil. Oh nee. Nee, 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 nee. Nee, ich war doof. Das Verkaufsautomat können wir gleich auf jeden Fall erst mal aufrüsten. So, da können wir nicht rein. Da haben wir auch was. Herrlich. Wenn ein Plan funktioniert oder auch nicht. So. Upgrade. Silberne. Alles klar. Waffen. Ich würde hier aber... Oh. Ja, nehmen wir mal. Gesundheit auffrischen. Und... Ah, der Preis ist hoch. 15 Schuss. Neues Upgrade erworben. Wie war das noch? Ah ja, genau. Den festhalten. Junge. Okay, der macht den, der macht den und den... Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Geh weg, blöde Maus. Ich habe ich auch nicht gesehen. Ach so. Ich nehme mal eben erst das hier alles. Ja, Interaktion. Weiter machen, genau. Boah, Mann, komm hierhin. So, ein paar Chips vergleich. Wie ist es? wieder so aber hier könnte nicht so hoch fliegen hier 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 Ich habe doch gerade noch einen eingesammelt da in der Gegend. So, ja, das müsste es jetzt gewesen sein. Herrlich. Gucken wir mal eben, können wir die Munition jetzt wieder... Ja, Munition ist voll. Gesundheit. Dann ist nichts mehr kaufbar. Okay. Herrlich, herlich. Moment, ja, da müssen wir eh hin, von daher passt das ganz gut. Äh, ne, mit dem Gerontrieb nicht, aber ich nehme den Wolf. Oh, das sind die stärkeren Chips. Was war das? Schon wieder so ein Ding. Schauen wir mal den hier. Nee, los ist nicht. Ich bin der Welt. Nee, los ist aber gut. Ich bin der Restylane. Ich bin der Restylane. Ah, Krippier! Oh Gott! Oh, macht doch schon! Aber mit der Streuladung ist echt nicht soo gut Aber die Streuladung geht euch auf jeden Fall besser Als wenn man sie einzeln wegkloppen müsse Ja Benutzen Und dann geht es weiter Okay Oh, hier können wir noch ein bisschen was Okay, wir sind da wieder voll und da auch Was soll das denn jetzt? Ähm Setzt Nanotechnologie einempfeindliche SaberSign Chips kurzzeitig umzuplomieren und sie zu deinen Verbündeten zu machen Wir versuchen es mal mit dem Nanohacker Das geht gar nicht Was ist mit dem Stabilizer Ah ja, Wahnsinn Die wird von nichts kaputt gemacht Ähm Ich hätte gern die Moment Jetzt da hin und Den nehme ich da hin Der hat eigentlich auch nicht viel gebracht Der hat eigentlich auch nicht viel gebracht mit dem Kind da wieder hin Wenn ich jetzt nochmal so ein Ding an den Kopf kriege, dann bin ich kaputt Ja 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 Ja